Bei einem folgenschweren Unfall am Sonntagabend in Pöllau in der Steiermark kam für alle drei Beteiligten jede Hilfe zu spät. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurden beide Fahrzeuge mehrere Meter von der Fahrbahn geschleudert. Ein 17-Jähriger und ein Ehepaar starben noch am Unfallort. Am Sonntag gegen 20.15 Uhr ereignete sich auf der Schloffereckstraße zwischen Köppelreit und Pöllau ein tragischer Verkehrsunfall. Aus bislang ungeklärter Ursache stießen zwei entgegenkommende PKWs frontal zusammen. Beide Fahrzeuge wurden durch die Wucht des Zusammenstoßes in einen angrenzenden Acker geschleudert. Nachkommende Fahrzeuglenker verständigten sofort den Notruf. 45 Einsatzkräfte der Feuerwehr Pöllau, 13 Einsatzkräfte der Rettung sowie ein Notarzt und der Rettungshubschrauber C-17 trafen rasch am Unfallort ein. Für die drei Unfallbeteiligten, ein Ehepaar aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld und einem Jugendlichen aus dem Bezirk Weiz kamen dennoch jede Hilfe zu spät. Für die Angehörigen wurde ein Kriseninterventionsteam bereitgestellt. Die Unfallursache ist laut den ermittelnden Beamten derzeit noch unklar. Die Staatsanwaltschaft Graz gab die Leichname zur Beerdigung frei. Die Unfallversache ist laut dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld und dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld und dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld und dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld. Die Unfallversache ist laut des Bezirkiras verwendest be Empath. Die Unfallversache ist laut dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld und dem Bezirk cuerpo ist laut der Bleze Hermann Hall.